Wetter ist ja heute wieder prima, ne? Ja, kann man machen. Wäre schlecht. Wetter ist ja heute wieder prima. Wünschte? 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 Ja, das habe ich schon immer auch gesehen. Musik 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 Er ist aber ganz gut geflogen, finde ich jetzt. Musik 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 Oh, da stehen sogar meine Kamera-Frau die Haare. Ich habe einen Stecker und Akku reingesetzt, einen steifen Propeller, keinen Klapppropeller mehr. Ich hoffe, der Propeller reißt ja nicht ab in der Luft, beim Landschneiden. Ja, hat ein bisschen mehr Power als vorher. Hat wirklich doppelte Leistung. Ich habe eine Preisgreifere in Bedienung. Ich habe auch Hochwertigere. Das ist schwierig, ich muss in zwei Kameras schauen. Ich hoffe, der kriegt auch. Ich habe auch noch einen, der sich in den Luftgeist an der Luftgeist auf dem Spiel. Ja, ich habe auch noch einen kleinen Schlag. Ich habe auch noch einen Schlauch. Das ist ein Schlauch. Ich habe auch noch einen Schlauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen besser warten. Ich möchte das Pferd nicht aufschlecken. Das war kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen ja keine Tiere aufschlecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein Begnallertverkackt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein Begnallertverkackt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein Begnallertverkackt. Musik 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 Ich bin begeistert er bleibt so Untertitelung des ZDF, 2020